Hallo liebe Schätzchenjäger und Briefmarkensammler, hier ist Edmund von der Briefmarkenfarm und bei mir ist der Philipp mit der Kamera und wir haben heute ein Album für euch, ein Vordruckalbum und zwar Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1990, also fast die komplette Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung, wie man hier sieht, ist es geplündert, aber noch nicht wegschalten, erstmal schönes Vordruckalbum, das sich dann wieder aufbereiten lässt, direkt von dem Anfänger an, das ist wunderschönes Album, aber es ist nicht komplett geplündert, da hinten ab 1980 ist es nämlich fast komplett, da hat es dann wieder auf, da hat er aufgehört, aber hier 85, genau, da gestempelte Album mit Fals festgemacht, schadet der den gestempelten Marken nicht mit den Automatenmarken, Dauerserien, da müsste man den Block noch nachführen, also, Michel Wert der Marken, etwa 180 Euro und ja, ich würde auch nur den Wert der Marken als Wert ansetzen und das Album, das Vordruckalbum bekommt ihr dann komplett umsonst dazu. Ja, würde mich freuen, wenn ich euch dazu schicken darf, bis dann, viel Spaß.